Was ist die Nette Art, wie man aufgenommen wird, die Freundlichkeit der Mitarbeiter und die Kompetenz der Ärzte? Also jetzt den Dr. Milchers, der war sehr kompetent, bei dem saß jeder Handgriff, den kann ich empfehlen, sehr empfehlen, weil er gut Deutsch spricht. Man kann gut kommunizieren, was sehr wichtig ist. Also bei mir ist es so, ich kann jetzt wieder richtig lachen, so wie es mir auch, wie es meinem Naturell entspricht. Weil meine Zähne in Ordnung sind, da hatte ich schon so ein kleines bisschen so ein Handicap, den Mund aufzumachen, das war eben nicht komplett. Das ist jetzt der Fall, wo ich sehr zufrieden bin, meine Freunde auch. Ich habe nämlich nach der Fertigstellung vor lauter Glück meinen Freunden und meiner Familie alles direkt mitgeteilt und alle waren positiv überrascht, weil es halt natürlich aussieht, letztendlich. Angst hatte ich auch ein bisschen, ich bin kein Angstpatient, aber jeder hat, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. Aber ehrlich gesagt fühlte ich mich hier in guten Händen und habe, was mich sehr überrascht hat, zu keiner Zeit Schmerzen gehabt.